Ich habe von Mike einen ziemlich verzweifelten Kommentar bekommen, nämlich, hey, was soll ich denn mit meinen TUI-Aktien machen? Ich verstehe das nicht. Ich habe die gekauft, ich dachte, die machen jetzt nochmal 100, 200 Prozent, aber es passiert nichts bei TUI. Was ist denn da bitte los? Und genau das möchte ich jetzt einmal machen, Mike. Das heißt, ich möchte dir jetzt einmal helfen, die Situation bei TUI ein bisschen einzuschätzen. TUI, glaube ich, durchaus ein sehr, sehr spannender Kandidat, einfach so für die nächste Zeit. Also schreib mir gerne unten mal in die Kommentare, ob du gerne hättest, dass wir die TUI bei unseren Kanalaktien mit hinzufügen. Das sind ja die Aktien, die wir so ungefähr alle vier Wochen immer versuchen, regelmäßig zu monitoren und ich euch quasi versuche, so ein bisschen bei den Investments zu begleiten. Und bei TUI hatten wir jetzt ja auch letztens Einstiege gehabt. Ja, also ihr seht es hier, unsere Hobby-Signale haben eigentlich jeden dieser Tiefpunkte sehr, sehr gut abgebildet. Da hatten wir mal ein Fehlsignal hier, aber die funktionieren unglaublich gut bei der TUI. Das heißt, wenn du die auch haben möchtest, trag dich gerne einmal kostenlos auf fokusinvestor.de ein. Schicke ich jeden Tag, schicke ich so eine Liste rum aus Aktien, die jetzt halt gerade genau dieses Signal haben. Und ja, genau. Das heißt, wir müssen uns jetzt einmal anschauen, was ist denn da los bei TUI. Und ich würde sagen, wir starten einmal mit der unternehmerischen Situation, versuchen uns erstmal noch ein Bild über das Unternehmen zu verschaffen. Und dann gucken wir mal rein, wie könnte denn jetzt ein potenzieller Anstieg aussehen, wie wahrscheinlich ist das Ganze. Und ja, das wäre jetzt so der Plan für die nächste Zeit. Ja, was fällt auf, wenn wir uns das Ganze anschauen? Ich finde, das Erste, was auffällt, ist, dass die Umsätze sehr, sehr konstant eigentlich immer waren. Und dass es auch in Zukunft so aussieht, als ob die recht konstant bleiben sollten. Und das ist auf jeden Fall vom Prinzip her erstmal eine positive Sache. Heißt aber auch, wir haben definitiv kein Wachstumsunternehmen bei der TUI, sondern wir haben in erster Linie einfach einen Konzern, der halt sein Geld verdient, wenn man so will. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Heißt, es ist so eine typische Cash Cow, würde ich mal sagen. Demnach gibt es so ein paar Kennzahlen, die durchaus sehr interessant sind. Wenn du möchtest, dass regelmäßig Gewinne erwirtschaftet werden und du vielleicht einen Teil davon ausbezahlt bekommst, dann sind natürlich die Gewinne das, was besonders wichtig ist. So, das heißt, den Gewinn, den haben wir jetzt hier unten. Und wir sehen es hier, der größte Gewinn, den wir jemals hatten, war im Jahr 2017 in einer Größenordnung von 1,2 Milliarden. Und die aktuelle Marktkapitalisierung von 3,2 Milliarden lässt suggerieren, dass wenn wir wieder auf diese alten Gewinnzahlen kommen, wir wirklich ein sehr günstiges Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt haben. So, was können wir noch sehen? Wir sehen, wir hatten riesen Probleme. Und zwar, klar, Corona-Tourismus komplett zusammengebrochen. Das hat natürlich auch übel auf jetzt die TUI-Aktie eingeprügelt. Und da kannst du auch sehr schön sehen, wie wir einfach von 2,18 hier richtig runter abverkauft wurden. Es gibt noch eine zweite Sache, die auffällt. Und das ist, wenn du dir einfach mal die Bepreisung hier anschaust, dann siehst du, dass wir typischerweise hier so um das Eigenkapital rumgependelt sind. Und dann kam so eine Phase, wo wir doch wirklich relativ teuer waren, wo wir im Vergleich zum Eigenkapital auf jeden Fall sehr, sehr hohe Bewertungen hatten. Und die wurden dann wieder abverkauft. In gewisser Weise muss man sagen, war das auch eine notwendige Korrektur, weil wir hier zu dem damaligen Zeitpunkt meiner Meinung nach sicherlich zu teuer waren. So, das heißt für uns ist jetzt das Eigenkapital auf jeden Fall so eine untere Grenze, wo man sagen kann, okay, wenn die erreicht wird, dann sollte die Aktie nicht tiefer fallen. Du siehst aber, das Eigenkapital liegt gerade bei einer Milliarde. Wenn wir bis dahin noch runterfallen, das wäre natürlich ziemlich dramatisch vom aktuellen Level. Was können wir noch sehen? Wir sehen, der Gewinn von 2023 war sehr, sehr positiv. Ja, also wir waren bei 1,06 Milliarden. Und das spricht auch definitiv für die Aktie. Das heißt, wir haben wirklich eine Situation, die gerade ziemlich positiv ist. Wenn wir uns mal die unternehmerischen Nachrichten anschauen bei der TUI, also insbesondere was jetzt hier abzielt auf das Geschäftsmodell, dann haben wir hier Reiselust, Treibbuchung und Kursgewinne. Ja, und hier hatten wir jetzt zum Beispiel eine Leerverkaufsattacke auf die TUI-Aktie. Ja, und das sind so die Nachrichten, die wir halt momentan hier so haben. Das kann man sagen, die Nachrichten sind nicht sonderlich positiv. Wenn es allerdings wirklich mal konkret ums Unternehmen geht, dann sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Und wie gut es gerade aussieht, würde ich sagen, gucken wir uns jetzt nochmal an. Vielleicht dazu einmal kurz in Erinnerung rufen. Der letzte Gewinn lag bei einer Milliarde ungefähr und der letzte Umsatz bei 20,67 Milliarden. Und hier siehst du jetzt die aktuellen Schätzungen für das nächste Jahr. Du kannst es hier sehen, die Umsatzerlöse werden aktuell geschätzt auf 22,854 Milliarden. Das heißt, nochmal eine Steigerung zu den Höchstständen. Wir sind ja umsatzmäßig schon auf einem höheren Level, als wir vor Corona waren. Das heißt, unternehmerisch performt TUI auf jeden Fall wirklich ziemlich gut. Des Weiteren können wir sehen, hier das Eigenkapital soll weiter gesteigert werden und wir sollen jetzt bei einem EBIT wirklich auf einer Höhe von 1,3 Milliarden liegen, was wirklich dem höchsten Wert entspricht, den wir bei TUI jemals hatten. Demnach könnte man ja eigentlich dann auch annehmen zu sagen, okay, alles klar, wir haben jetzt den größten Gewinn, den wir jemals haben, dann könnten wir doch eigentlich auch die höchstmöglichen Kursstände haben. Und wenn ich mir den TUI-Chart da so angucke, dann könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, ja, alles klar, guck mal hier, da oben 55 Euro, Jahr 2018. Das war zu dem Zeitraum, wo wir halt diese 1,2 Milliarden Gewinn gemacht haben. Ja, da haben wir jetzt doch einiges vor uns. Ja, also hier 1000 Prozent, ich komme, ich investiere jetzt hier und nehme die jetzt hier mit. Okay, sind nicht 1000, sind nur 760 Prozent. Aber ja, da haben wir doch jetzt einen schönen Ritt die nächsten 10 Jahre vor uns. Also das wäre jetzt doch mal so das, wovon man jetzt doch vielleicht dann da mal ausgehen könnte. Und ganz so einfach ist es leider jetzt nicht an der Stelle, weil du kannst es hier sehen, du siehst hier die Entwicklung der Aktienanzahl, also die Anzahl der Aktien, die die TUI-Aktie so hatte. Und ja, das, was du jetzt hier halt sehen kannst, sind halt, wir hatten bis zum Jahr 2020, hatten wir 200 Millionen Aktien bei der TUI, die ausständig waren. Und das, was halt passiert ist, ist, sie mussten immer mehr neue Aktien ausgeben. Das letzte Mal jetzt hier Q2 2023. Und wir sind inzwischen auf 500 Millionen Aktien hochgekommen. Ja, das heißt, wir sind von 200 hoch auf 500 Millionen. Wir haben also jetzt zweieinhalb Mal so viele Aktien. Deswegen, wenn du jetzt diesen Zeitraum früher vergleichst mit heute, musst du diesen Faktor 2,5 auf jeden Fall noch mit berücksichtigen. Und wenn wir das jetzt aber mal machen, was jetzt ja am einfachsten ist, indem wir uns das Kurs-Umsatz-Verhältnis einfach mal anschauen, weil da wird ja geschaut, wie war der Kurs pro Aktie im Vergleich zum Umsatz pro Aktie. Und dann kannst du jetzt hier einmal sehr schön diese Entwicklung sehen. Ja, das heißt, wir haben aktuell ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,15. Dieser Wert ist durchaus sehr niedrig, würde ich mal behaupten, weil jetzt hier zum Beispiel in den Spitzen hatten wir Werte so um 0,6. Das heißt, für mich persönlich ist das das Maximum, was irgendwie drin ist bei der TUI-Aktie. Also rechne auf keinen Fall mit 750 Prozent oder sowas, sondern im bestmöglichen Fall vom aktuellen Level solltest du ungefähr 300 Prozent Rendite machen können. Das heißt, wenn du jetzt einfach diesen Hochpunkt hier mal nimmst, den wir in 2018 hatten, dann wäre das Äquivalent zu diesem Hochpunkt wäre 300 Prozent Rendite. Das wäre ungefähr hier. Das heißt, wenn der aktuelle Aktienkurs ungefähr auf 28 Euro steigt, wäre das genau solch eine extreme Bewertung wie die Bewertung, die wir in 2018 hatten. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, ein interessanter Aspekt. Du darfst allerdings nicht vergessen, dass die Umsätze jetzt ja auch steigen sollen in den nächsten Jahren. Das heißt, wenn diese Aufwärtsbewegung, die wird jetzt ja nicht von heute auf morgen passieren, dass wir direkt 300 Prozent im Plus sind, sondern das ist, denke ich, eher eine Bewegung, die jetzt über viele Jahre anhält. Ja, also sowas ähnliches wie jetzt hier. Da hat es zum Beispiel von 2011 bis 2018 gedauert. Das waren jetzt sieben Jahre. Und sowas in der Art könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass diese 300 Prozent Rendite in den nächsten fünf, sechs Jahren durchaus erreicht werden könnten. Das schnellste Szenario, was ich so in meinem Kopf habe, sind so zwei, drei Jahre. So vom Prinzip hast du auf jeden Fall vollkommen recht. Wir haben sehr viel Aufwärtspotenzial bei der TUI-Aktie. Das heißt, wenn du jetzt erstmal so gedacht hast, okay, das könnte doch jetzt eigentlich eine sinnvolle Sache sein, würde ich dir jetzt erstmal zustimmen. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt nochmal einmal ganz genau an, wie verdient TUI denn überhaupt sein Geld? Und wie wir sehen können, ist das Geschäft von TUI aufgeteilt in die unterschiedlichen Regionen. Also wir haben die nördlichen Regionen, wir haben die zentralen Regionen und wir haben die westlichen Regionen. Dann haben wir noch den Bereich Hotels und Resorts. Das heißt, sie besitzen halt zum Teil eigene Hotels, die sie dann halt dort auch betreiben. Und dann haben sie noch hier TUI Amusement. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht ganz so sicher, was da drunter fällt. Wenn du das weißt, schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Andere Segmente und dann Konsolidierung, das sind quasi, ich sag mal so Währungseffekte und Abschreibungen und so weiter, die dann halt nochmal einen negativen Einfluss auf den Umsatz im Endeffekt haben. Und ja, was du jetzt hier sehen kannst, ist, es gibt insgesamt 20 Milliarden Umsatz. Das sind jetzt die letzten Werte, die wir hatten. Und direkte Kosten mit diesen 20 Milliarden, die da verbunden sind, sind 9,2%. Und dieser Betrag, das ist sicherlich das, was vor allem abgegeben werden muss an die Hoteliers. Das heißt, TUI hat ja, ich sag mal so ein Franchise, wenn man so will. Und diejenigen, die halt diese TUI-Reisen im Endeffekt anbieten, beziehungsweise die Hotels, wo TUI sich quasi Zimmer einkauft, die kriegen natürlich den Großteil des Umsatzes ab. Und ein kleiner Teil bleibt dann im Endeffekt übrig. Und dieser kleine Teil sind halt 7,8%, die dann quasi bei TUI hängenbleiben. Und davon gibt es der Großteil natürlich irgendwie Ausgaben. Das heißt, du siehst hier, 4,9% sind Ausgaben, die direkt einfach so mit dem operativen Geschäft, wenn man so will, zu tun haben. Davon gibt es jetzt hier zwei Bereiche. Der obere, das ist hier Verwaltung und Verkauf, also Marketing, wenn man so will. Und hier der untere Bereich ist alles, was sie nicht anderweitig zuordnen können. Und du siehst hier, das ist der größte Bereich. Also ich würde mal sagen, das sind einfach so laufende Kosten, die sie im Endeffekt haben. Dazu kommen hier noch so ein paar Abgaben für Minority Interest. Das ist durchaus auch ganz interessant. Da könnte man mal nachgucken, wer das hier ist, der hier doch einen Großteil des Gewinns da irgendwie abfischt. Ihr seht hier, vor Steuern hatten wir ein Einkommen von 550 Millionen. Und 150 Millionen gehen hier an die Minderheitsinteressen ab. Das können zum Beispiel Vorzugsaktien sein. Das können irgendwelche Royalties sein, also von irgendwelchen Besitzern, die irgendwie regelmäßige Prämien vom Konzern bekommen. Ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Anteil. Habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt. Wenn wir da mal tiefer reingehen sollen, könntest du mir das auch mal in die Kommentare schreiben. Oder noch viel besser, vielleicht weißt du, was das ist. Schreib es gerne mal unten rein. Mich wundert es ehrlich gesagt gerade so ein bisschen. So, ansonsten haben wir hier noch das Nettoeinkommen von 300 Millionen. Und das ist im Endeffekt das, was dann bei für uns Aktionäre übrig bleibt, was dann an uns potenziell halt auch ausgeschüttet werden könnte. Ja, apropos ausgeschüttet. Die Dividende ist natürlich gestrichen. Weil ich meine klar, in Jahren, wo extremste Verluste geschrieben werden, werden natürlich keine Dividenden ausgeschüttet. Trotzdem ist das etwas, wo man perspektivisch für die Zukunft, denke ich, einen Blick drauf werfen sollte. Wenn wir uns das mal anschauen, zu welchen Dividenden die TUI-Aktie typisch gehandelt wurde. Ich bin jetzt hier wieder mit euch auf Guru-Fokus. Und hier haben wir diesen sehr schönen Dividenden-Chart überall in den zeitlichen Verlauf. Und wie ihr hier sehen könnt, so im unteren Bereich lag die Dividendenrendite immer so bei 1%. Und im oberen Bereich haben wir so die 5% Dividendenrendite angekratzt. Und das ist auf jeden Fall so die aktuelle Situation, die wir haben. Das ist das, wo wir vielleicht halt auch wieder hinkommen könnten. Dass wir wieder so Dividendenrenditen zwischen 1 und 5% kriegen. Du kannst sicherlich davon ausgehen, wenn du TUI jetzt als sehr langfristiges Investment betrachtest, weil du zum Beispiel ein Dividendenportfolio hast, dass du in Zukunft auf den aktuellen Kaufkurs um die 5% Dividende bekommen wirst. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das passieren. Und die Analysten, die gehen momentan von folgendem aus. Die gehen davon aus, dass in 2025 das erste Mal wieder eine Dividende ausgeschüttet wird, die so in der Größenordnung um die 1% ungefähr liegen. Dann soll es auf 1,5% rauf. Und im Jahr 2017 sollen wir dann halt wieder bei dieser alten Dividende mehr oder weniger ankommen, die dann wieder so in der Größenordnung 5%. Du siehst es hier, die aktuelle Prognose ist sogar Richtung 6-7% auf den aktuellen Kaufpreis. Und das halte ich durchaus für eine sehr realistische Sache, dass das genau so passieren wird. Das heißt, es kommt jetzt so ein bisschen auf deine Strategie und deinen Anlagehorizont an. Und der entscheidet dann halt im Endeffekt, inwieweit die Dividende jetzt für dich in deine Kalkulation damit einfließen sollte. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, TUI hat, glaube ich, eine ziemlich gute Zukunft vor sich. Sie sind schon wieder voll on track. Der Konzern, der läuft wieder. Und sie haben die Probleme, die sie jetzt hatten, beiseite geschoben. Und jetzt demnächst kann dann vielleicht halt auch wieder der Fokus in Richtung Dividende und in Richtung Investoren gehen. Das sehe ich jetzt aktuell noch nicht so richtig. Aber in Zukunft, denke ich, wird das durchaus passieren. Du siehst auch hier, die Prognosen sind sehr, sehr positiv. Ja, es sollen wirklich extrem hohe Gewinne in den nächsten Jahren erzielt werden. Einfach, wenn du das vergleichst mit diesen historischen 1,2 Milliarden, die wir ja schon vorher gesehen haben. So, Mike, dann kommen wir jetzt mal wieder zurück zu dir. Also, was wird jetzt in nächster Zeit passieren? Was ist ein realistisches Szenario für die nächsten Monate? Und wie können wir damit umgehen? Und inwieweit lohnt es sich vielleicht jetzt auch noch in die TUI-Aktie zu investieren? Also, wir haben gerade hier solch eine Abwärtsbewegung. Ja, diese Abwärtsbewegung ist noch nicht sonderlich stark. Sie liegt gerade bei 8,85 Prozent. Und das ist so ein bisschen das, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Wenn wir uns die Situation anschauen, in der wir jetzt hier gerade sind, dann ist es so, dass wir hier diese extreme Abwärtsbewegung hatten. Und interessanterweise hatten wir jetzt schon den unternehmerischen Turnaround. Nur der Aktienkurs ist noch nicht mitgezogen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Situation. Wir haben ja eine ähnliche Situation bei Bayer, wo alle davon ausgehen, dass die unternehmerischen Zahlen jetzt wieder richtig gut werden. Aber bislang hat das ja noch nicht so richtig stattgefunden. Bei TUI ist es meiner Meinung nach schon so, dass die Zahlen eigentlich schon sehr, sehr gut sind. Und wir jetzt eigentlich nur noch darauf warten müssen, dass die Stimmung bei der TUI-Aktie wieder umschlägt. TUI hat das Problem, dass es aus den ganzen Indizes rausgeflogen ist. Jetzt ab 2025 kommt TUI aber wieder in den MDAX. Dann müssen die ganzen ETFs da wieder reingehen. Und ich erwarte, dass wir dann halt auch wirklich wieder eine Aufwärtsbewegung bei der TUI-Aktie sehen werden. Für mich ist das genau das Problem. Das heißt, TUI fliegt momentan unter dem Radar von den ganzen großen institutionellen Investoren, einfach weil wir aus den ganzen großen Indizes rausgeflogen sind. Und sie halt häufig auch gar nicht in solche Aktien investieren dürfen, die halt nicht in größeren Indizes gelistet sind. Das wird sich jetzt in Zukunft aber wieder ändern. Und ich bin mir sicher, die TUI ist schon auf der Watchlist von vielen institutionellen Investoren, die dann natürlich potenziell unsere Aktie dann halt auch wieder hochtreiben können. Ja, was können wir noch sagen zu TUI-Aktien? Wir sind jetzt halt hier gerade in diesem Rücksetzer. Realistisch gesehen könnte dieser Rücksetzer, denke ich, so um die 6, auf die 6 Euro ungefähr runtergehen. Und spätestens da sollte es sein, dass dieser Rücksetzer wieder vorbei ist. Ich werde bei mir in der Betreuung, denke ich, jetzt mal versuchen, diesen Tiefpunkt hier abzupassen bei der TUI-Aktie, weil ich halt wirklich auch davon überzeugt bin, dass wir sehr viel Potenzial haben. Und ja, deswegen werde ich das genauso machen wie du jetzt wahrscheinlich auch. Das heißt, wir müssen jetzt halt gucken, dass wir irgendwie hier ein Level identifizieren, wo man sagt, okay, das ist jetzt gerade wirklich eine schöne Einstiegssituation. Ich mache das so, dass ich mir Trendwechsel auf unterschiedlichen Zeiteinheiten halt immer anschaue. Und wenn TUI dann halt einen signifikanten Trendwechsel hat, dann bekomme ich das halt auf jeden Fall mit. So, wo werden diese Trendwechsel stattfinden? Eine Möglichkeit ist, dass das jetzt so demnächst passiert. Die andere Möglichkeit ist, dass wir noch ein bisschen tiefer fallen. Hier ein bisschen tiefer heißt in dem Fall vom aktuellen Level nochmal so ungefähr 6% nach unten. Vom Hochpunkt runter wären das dann so 14% ungefähr. Viel mehr als das halte ich persönlich eher für unrealistisch. Aber auch da darfst du natürlich gerne eine andere Meinung haben. Schreib sie mir gerne rein. Ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall mit euch so ein bisschen mitdiskutieren. Ich schaffe das momentan wieder ganz gut, regelmäßig auch in die Kommentare reinzuschauen. Wenn du schon lange mit dabei bist, dann weißt du schon, was jetzt kommt. Ich würde vorschlagen, wir schauen einmal in die Saisonalitäten rein, um zu überprüfen, wie realistisch ist es denn, dass wir jetzt in der nächsten Zeit eine starke oder schwache Aufwärtsbewegung bekommen werden. Und vor allem, wann könnte diese einsetzen. Hier siehst du jetzt einmal den saisonalen Chart der TUI-Aktie. Und das Erste, was man immer machen sollte, ist, sich unterschiedliche Zeiteinheiten anschauen. Bei der TUI-Aktie habe ich unterschiedliche Zeiteinheiten zur Verfügung. Wir haben jetzt hier gerade den 10-Jahres-Chart. Dann haben wir noch 15, 25 und 30 Jahre. Also, wenn wir in den ganz langen Chart reingehen, dann sieht das Ganze hier so aus. Das heißt, du siehst es hier, wir haben hier so eine Abwärtsbewegung, die hier immer so bis, hier sind wir übrigens gerade, immer so bis jetzt geht. Und danach startet häufig eine Aufwärtsbewegung, die dann bis Anfang des Jahres geht. Und dann ging es halt tendenziell immer eher runter. So, das liegt natürlich jetzt an dieser extremen Abwärtsbewegung, die wir jetzt die letzten Jahre halt hatten. Ja, und hier siehst du das Ganze jetzt auch nochmal, jetzt auf 25 Jahre, auf 15 Jahre, auf 10 Jahre und auf die letzten 5 Jahre. Und du siehst, überall ist das Bild ungefähr gleich. Ja, das heißt, wenn es einen Zeitraum gibt, wo die Saisonalität suggeriert, dass wir investieren sollten, dann beginnt dieser jetzt und geht ungefähr dann bis in den Februar. Das heißt, das ist die stärkste Zeit des Jahres bei der TUI-Aktie und das würde für ein Investment innerhalb der nächsten Wochen meiner Meinung nach sprechen. Wenn du auch mal mit dem Tool rumspielen willst, ein kostenloser Monat plus 20% Rabatt sind unten in der Videobeschreibung. So, die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle ist, wie ist denn das jetzt? Was für eine Rendite wäre denn jetzt für diesen Trade drin? Also gehen wir mal davon aus, wir kriegen jetzt so einen positiven Trade. Also es ist übrigens so, in 72% der Fälle war es in den letzten 25 Jahren so, dass wir eine positive Rendite hatten von jetzt bis Ende Februar. So, und das ist jetzt halt auch der Zeitraum, den ich hier ausgewählt habe, wobei ich habe nicht Ende Februar ausgewählt, sondern den 18. Februar. Du siehst es ja hier, das ist ja so dieser Grenzwert. So, in diesen Jahren, wo wir eine positive Rendite hatten, was jetzt ja das Szenario ist, worauf wir jetzt setzen würden, wenn wir jetzt gerade in TUI investieren und die fundamentalen Daten suggerieren ja auch, dass wir jetzt in nächster Zeit eher eine positive Bewegung haben sollten, dann ist es so, dass wir im Durchschnitt in diesem halben Jahr 30% Rendite gemacht haben, also in den Jahren, wo es positiv war. Und die beste Rendite, die jemals vorgekommen ist, waren 100% auf diesem Level. So, das heißt, das ist das, was so durchaus realistisch ist, das ist das, mit dem du durchaus rechnen kannst. Also eine normale Bewegung wäre sowas wie plus 30% und eine richtig gute Bewegung wäre sowas wie plus 100%. Ja, dann lass uns das im Chart doch mal angucken. Also plus 30% würde einem Anstieg entsprechen, der hier auf diesen alten Höchststand geht, ja, also auf diesen Höchststand von April. Das wäre also so die normale, die typische Bewegung, die wir zum aktuellen Zeitraum zu erwarten hätten. Wenn wir Richtung 100% gehen, das wäre so ungefähr dieser Hochpunkt, den wir hier hinten hatten. Also das sind so 91, das heißt, da reden wir so um die 11, 12 Euro rum. Und ja, also das ist momentan das, was da so theoretisch drin ist. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Aktie jetzt wieder im MDAX ist, dann die positiven Nachrichten kommen, dass die Gewinne auf einem Höchststand sind, ja, dass wir vielleicht sogar eine noch extremere Bewegung kriegen könnten als diese 100%. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir Ende des Jahres 2025 um die 20 Euro stehen. Das ist jetzt meine Prognose so ein bisschen für die TUI-Aktie. Ist natürlich eine sehr, sehr positive Schätzung. Ist auch mein Best-Case-Szenario, wenn man so will. Aber ich halte es definitiv nicht für ausgeschlossen. Deswegen, Mike, an der Stelle kann ich dich, glaube ich, ein bisschen beruhigen. Der Aktienkurs, der hat einfach noch nicht nachgezogen. Einfach aufgrund dieser Chart-technischen und halt auch dieser Index-Perspektive. Und das ist einfach das, worauf du jetzt noch ein bisschen warten musst. Heißt für mich, für die nächsten zwei Jahre sollte da eigentlich eine Verdopplung auf jeden Fall drin sein. Auch wenn ich natürlich keine Glaskugel habe und du mich bitte nicht darauf verklagen sollst in Zukunft. Ja, also keine Anlageberatung, sondern nur meine Meinung. Aber ich glaube, ich habe relativ klar gemacht, warum ich das durchaus für sinnvoll erachte. Es gibt auch noch eine weitere Sache, die momentan durchaus für die Aktie spricht. Und das sind hier unsere Trends. Du siehst hier diese Trends, wie die normalerweise ablaufen. Du hast hier oben meinen Trend-Oszillator und hier unten nochmal meinen mittelfristigen Trend, den ich mir immer anschaue. Und es gibt so ein paar Dinge, die momentan auffallen, meiner Meinung nach. Also das eine ist, wir haben jetzt halt immer wieder hier überwiegend solche Abwärtsphasen gehabt. Die letzte Aufwärtsphase war halt hier so, als es dann hier nach Corona erstmal direkt wieder nach oben ging und die Pleite erstmal abgewendet war beim Konzern. Da kam eine sehr, sehr positive Entwicklung und ja, jetzt dümpelt die Aktie da so ein bisschen vor sich hin. Schwerpunktmäßig haben wir immer noch eher Abwärtsbewegungen gehabt. Hier jetzt mal eine längere Aufwärtsbewegung, jetzt nochmal eine Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung. Und du siehst schon, dieses Pendeln spricht so ein bisschen dafür, dass wir jetzt gerade in solch einer Stimmungsumbruchsphase sind. Wenn du dir den mittelfristigen Trend anschaust, dann siehst du dort eine ähnliche Situation. Also der wird halt anders berechnet, macht aber im Endeffekt das Gleiche. Das heißt, Tiefpunkte hier und Hochpunkte hier in dem Chart entsprechen halt auch immer dann Tief- und Hochpunkten im Endeffekt hier im Kursverlauf. Und das Schöne, was man damit halt machen kann, ist, dass man halt mal gucken kann, okay, wie stark sind denn diese Bewegungen. Und auch hier stellst du halt fest, dass diese Pendelbewegung, die wir hier haben, momentan immer kleiner wird. Also wir hatten jetzt hier diese positive Entwicklung. Jetzt sind wir gerade hier in so einem kleinen Rücksetzer und das, was ich jetzt halt ausbilden muss, ist halt oder die Frage, die sich jetzt halt stellt, ist, kommt jetzt hier so eine nächste größere Aufwärtsbewegung oder nicht? Für mich ist es halt so, TUI ist für mich ein sehr klarer Kandidat für eine starke Aufwärtsbewegung in den nächsten Jahren. Und ja, das ist einfach das, mit dem du, denke ich, rechnen kannst und auch in gewisser Weise rechnen solltest, meiner Meinung nach. Und ja, also das spricht auch nochmal für die TUI-Aktie. Du siehst, wir haben uns jetzt wirklich ein ziemlich gutes Bild zur TUI-Aktie verschafft. Ja, dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns doch jetzt am Donnerstag im Investment Club. Komm einfach mal vorbei, trag dich kostenlos ein. 19 Uhr abends ist das immer, kannst du dich einfach einloggen per Zoom. Und ansonsten, wenn du jetzt noch einen Broker brauchst, der richtig gut ist, schau dir mal das Video hier an. Dort erkläre ich dir ganz genau die Vor- und Nachteile des Freedom Brokers. Ist ein super Broker für Aktien im Endeffekt, das heißt wahrscheinlich genau der richtige Broker für dich. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Macht dir noch eine schöne Zeit. Ciao. Ciao.